Becker Tochter flirtet mit Florian Silbereisen Jetzt spricht Anna Amakova über die Liebe Am Samstagabend wird Anna Amakova mit Florian Silbereisen ein Liebesduett singen. Geht da etwas? Die 24-Jährige spricht jetzt über Flirts und Beziehungen. Anna Amakova alt seit ihrem letztjährigen Sieg bei der RTL Tanzscholette Stands beruflich von Erfolg zu Erfolg. Die 24-Jährige sicherte sich im Anschluss an ihren Triumph bekanntermaßen einen Platz in der Jury von Das Supertalent und startet nach dem Abschluss ihres Kunstgeschichte-Studiums auch musikalisch durch. Anna Amakova beim Schlagabuam Open Air die Stadionshow in Österreich am 8. Juni mit Schlagerstar Florian Silbereisen die gemeinsame Single Something Stupid performen. Es ist ein Liebesduett ganz im Stil von Frank Sinatra und Nancy Sinatra, die den gleichnamigen Song 1967 zum Superhip machten. Auch schon Robbie Williams und Nicole Kidman schmetterten die Schnulze Anfang der 2000er Jahre zusammen. Man lernt so viele tolle Menschen kennen. Doch knistert es jetzt auch zwischen der 24-Jährigen Amakova und dem 42 Jahre alten Schlagerstar? Im Juni letzten Jahres bestätigte die letzte Entsiegerin RTL, sich nach vier Jahren Beziehung von ihrem Freund Toni getrennt zu haben. Momentan, so Amakova in einem Interview mit der BILD, sei sie Single. Man lernt so viele tolle Menschen kennen und denkt sich bei dem einen oder anderen, wie wär's, wenn ich denen einfach sage, dass ich sie toll finde? Denkt die Bäcker doch da laut über mögliche Kandidaten nach. Doch die Initiative zu ergreifen, liege ihr in Liebesdingen weniger. Ich bin eher schüchtern und überlasse den ersten Schritt gerne dem anderen, sagt Amakova diesbezüglich. Ich glaube an Seelenverwandtschaft. Das Magazin Bunte fragte die umtriebige TV-Persönlichkeit schon im Januar dieses Jahres, ob sie angesichts ihres vollen Terminkalenders überhaupt Zeit für eine neue Liebe habe. So lustig, das fragt mich gerade jeder. Wenn der Richtige kommt, dann ist auch Platz für ihn, antwortete Amakova. Weiter heißt es von ihr, ich bin altmodisch oder romantisch, wenn man das so nennen will. Ich glaube auf jeden Fall an Seelenverwandtschaft. Das heißt, wenn man den richtigen Menschen trifft, kann man ein Leben lang miteinander verbringen.